Ich wünsche Ihnen ein kleines Wünsche Gideana. Danke für die Zeit, um mit mir zu arbeiten, durch ein Buch von der Bibel zu studieren. Mein Name ist Henry Brünn, ich bin in der IMG Quack und Rosenthal in der Manitoba Colony in der Quartemok, Chihuahua, Mexiko. In der Bibel, wie ich von dem Anfang anfange, ist das Gelater-Bereif und ich nenne diese Serie, Glauben allein. Für die meisten Menschen, die denken um Gelater, denken sie nur an, dass sie dort, wo Paulus spricht, von der Frucht von mir ist. Und ja, das stimmt, Paulus spricht von dort luter im Brief. Da ist auch ein wichtiger Punkt von dem Brief, dass viel mehr, was einer konnte den Brief lernen, als nur dort. Nun, während wir durch die Brief gunden, ein Glauben wird alles klar waren, worum ich dort hier genannt, Glauben allein. Du wirst eine Lehre, wort wir eine Gelater-Kirche in der Nähe kommen, in der Lehre präuft den Glauben an Jesus, zu vermischen, mit dem Gesatz von den Jüden, für Anzehradung. Und hier ist es, wo Paulus mit Hohenln steht. Denen sind teilweise durch das Buch, dort ist, dort er will er klar mir an. Dort der Rahrung kämpft bloß durch den Glauben an Jesus Christus allein, und du es sassnest, wo wir können biedern, für Anzehradung. Und das will er klar mir an. Nun redet er auch von dort Gesatz, und er sagt, dort wird für eine Zeit gejäft, und dort aus einem Schulmeister sagt er, und dort soll uns nur Jesus wiesen. Und bei der Rahrung selbst kämpft bloß durch den Glauben an Jesus allein. Nun, ich versuche noch von euch, was ich habe, dass die Serie Jesus erst später mit mir gehört, dass wir, als wir denen durch den Hebräer brechen können, jetzt glaube ich, es wird eben auch klar, dass das Olle Testament, dass wir ein Schatten von Jesus, das weiß alle nur Jesus haben. Nun, wenn ihr noch nicht durch die Serie von Hebräer gedacht habt, ich würde ihnen sagen mögen, dort auch da studieren. Wegen, dass ihr so ein klartes Bild von wie Jesus ist, wort ihr heute tun, und wort ihr in den Ollen in den Neuen Testament verbunden sein, und wort ihr mit uns zu tun habt. Nun, Beres, Galate, in Hebräer, die reden über das Thema, dort ihr sagt wie ihr bräucht, um uns nur Jesus wiesen. Opa, die doen dort ber auf zwei ganz verschiedene Wege, und so wenn wir ber von der Breiv studieren, dann kriegt ihr ein grattes Bild von der Urselg für das Gesatz, und wort ihr mit uns zu tun habt. Nun, ich würde von der gleichen Hesu zu schlitten, und nicht bloß eine Abruf zu geben, aber wie wir wieder gehen, machen wir es. Und der Abruf ist das, lese mal eine Postgeschichte, Kapitel 15. Wenn ihr das erst recht gelesen habt, dann wollt ihr ein klare Bild haben, von dem Problem, wo man mit Paulus handeln geht, und der Galate breit. Nun, wer würde klar haben, Apostelgeschichte 15, dort redt nicht von der Galate Kürten. Über das Problem, was in Apostelgeschichte, Kapitel 15 ist, dort ist das selbe Problem, was nicht an der Galate Kürten nähen kommt. So, das würde ich unterhalten, dem Füßen betreut Bild kriegen, von dem Wort Paulus seien, der das Wort erproft hier so ans Diedlich zu mir an. So, lese dort eben. Na, morgen zum Mars, morgen und eben morgen, weil wir anfangen, mehr von den Hintergrund zu kriegen, von der Brief selbst. Und nach nur dort, dann fangen wir an die erste Frage. Aber ich möchte Gott uns segnen. Wir sehen uns morgen zum Mars. Bis zum nächsten Mal.